Endlich! Der Film ist soweit fertig. Nun sind noch Arbeiten zu erledigen, die der Verbreitung des Films dienen. Hierzu gehören sowohl Vervielfältigungsarbeiten als auch entsprechende Umprogrammierungen und Datenumwandlungen für diverse Medien. Schauen wir uns aber die Teilvorgänge dieser Phase, also der Phase der Distribution nun im Einzelnen an. Programmierung auf DVD Vom Werbefilm soll eine Video-DVD erstellt werden, welche neben dem Computer auch in jedem handelsüblichen DVD-Player abgespielt werden kann. Die entsprechenden Programmierungen werden in diesem Teilvorgang vorgenommen. Außerdem soll der Film als Video im Internet eingesetzt werden. Hierfür ist auch eine Umwandlung in ein internetfähiges Datenformat notwendig. Der Film soll in ein MPG-4-Format umgewandelt werden. Und zusätzlich soll der Film an verschiedene Kunden zu Werbezwecken in Form von DVDs verteilt werden. Hierzu sind entsprechende Vervielfältigungen zu fertigen. Nun geben Sie die Vorgänge der Distributionsphase so in Microsoft Project ein. Beginnen Sie bitte wieder mit der Phase der Distribution als Vorgang selbst und stufen Sie dann diese Phase als Sammelvorgang ein. Die Phase der Distribution. Oh Gott! Distribution. Und dann Programmierung auf DVD. Denken Sie dran, zur optischen besseren Gestaltung hier entsprechend das einzustufen. So sieht das viel besser aus. Aber ich will Sie natürlich wiederum nicht langweilen. Werde das alles noch eingeben, entsprechend formatieren und hole Sie gleich wieder dazu. Ja, nun sind alle Vorgänge eingegeben. Nun muss ich nur noch die Phase der Distribution entsprechend nach oben stufen, dass es ein Sammelvorgang wird. Und Sie sehen, das klappt wunderbar. Die anderen Vorgänge sind Teilvorgänge und übergeordnet ist die Phase der Distribution. In diesem Video haben Sie erfahren, was die Phase der Distribution beinhaltet und Sie haben natürlich die entsprechenden Vorgänge in Ihrem mit Microsoft Project zu erstellenden Strukturplan eingegeben.